So, hallo Leute, hallo ihr alle. Willkommen zur neuen Ausstellung bei Eisennetz. Mask Ming stellt sein Werk vor, einen Monat lang, den ganzen Juli. Willkommen Mask Ming. Danke Franz, danke für die Erinnerung, sich hier eine Ausstellung machen zu können. Diese Ausstellung ist über meine letzten 18 Jahre, mein ganzes Kunstleben in Berlin, die ganzen Arbeiten von den letzten 18 Jahren zusammengestellt. Super, also wir freuen uns hier eh, dass es stattfindet, weil wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Wir verkaufen seit vielen Jahren seinen Kalender jedes Jahr. Ich mag seine Arbeit und ich freue mich sehr, dass das jetzt hier bei uns zu sehen ist. Diese Ausstellung fängt von dieser Wand an. Das ist so wie eine Zeitreise und diese Wand ist 2001 bis 2005, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Und dann ab 2005 bin ich in Berlin. Ich habe hier angefangen zuerst beim Straßenfest, die erste kleine Ausstellung und dann weiter. Hast du damals, hattest du einen Stand beim Straßenfest? Ja, 2005, 13. Straßenfest, eine kleine Ausstellung gemacht. War das erfolgreich? Ja, auf jeden Fall habe ich viele Leute gesehen und dann sogar ein Chineser war da. Ich habe meine Arbeit erkannt, weil ich habe früher in China online ausgestellt. Ich habe mich gefragt, bist du da? Ja, genau. Und dann haben viele Leute gequatscht und kennengelernt. Ja, war sehr nett. Bei diesem Straßenfest gibt es tatsächlich immer wieder jedes Jahr KünstlerInnen, die ausstellen, die einen Stand kaufen und da versuchen, ihr Werk zu verkaufen. In welchem Jahr sind wir jetzt? 2007 steht hier. Ja. Damals durch das Straßenfest habe ich bei Marometer Ausstellung Platz bekommen. Durch die Ausstellung habe ich eine Kunstagentur kennengelernt. Von 2006 bis 2010 ungefähr. Da habe ich viele durch die Agentur, bei Kunstmeister und viele Ausstellungen mitgemacht. Das geht jetzt hier bis rüber. 2010 habt ihr dann die Galerie gemacht, hier in der Neulandorfstraße, oder? Genau. Das war nachdem, dass die Agentur aufhört, um zu arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, mit Freunden wollen wir eigene Sachen machen. Deswegen haben wir die Galerie geöffnet, Neulandorfstraße. Für vier Jahre haben wir die Galerie gemacht. Wir stellen auch die anderen Künstler aus und dann auch Teilweise meiner Kunst auch aus. Ja, war eine sehr schöne Zeit. Aber das geht jetzt heißt von 2000. Da unten stehen immer die Zahlen dann 2009, 2011. Es gibt zwei, drei Mal, glaube ich, eine Ausstellung von mir. Manchmal mit mir alleine oder mit anderen Künstlern, so wie Renato Hopp. Wenn es um die Galerie geht, hast du deine Arbeit verändert, nachdem ihr keine Galerie mehr hattet? Ich habe sich immer ein bisschen weiterentwickelt, aber mehr inhaltlich, mehr was ich fühle und denke. Zum Beispiel durch die Galerie-Zeit habe ich viele Leute kennengelernt. Ich habe auch viele Porträte hier gemacht, so wie Chantal und damals auch andere, viele Freunde von mir. Und später habe ich mehr in einer anderen Fantasie gemacht, mehr als eine Philosophie oder Traum. Sehr schön, sagt der Künstler. Ich finde es auch sehr schön. Es kommt langsam die Maniere zu heute. Es kommt schon zu 2020, glaube ich, 19, 20. Ich habe inzwischen Zeit vor und nach Corona-Zeit in Italien ausgestellt und auch in Holland. Hast du Models oder ist es Fantasie? Ich habe schon Models. Ich habe früher in China Freunde gehabt. Und dann hier in Berlin auch, in Deutschland, habe ich auch ein paar Freunde gefragt, so wie Tänzer oder andere Freunde, Postier für mich. Wenn wir jetzt, ich glaube, hier ist ja dann das Plakat auch zur Ausstellung. Es ist eine neue Arbeit, neue fertig gemacht. Es ist eine digitale Arbeit, welche Zeit für diese Ausstellung erstellt. Er wird ja leider nicht jeden Tag hier sein, aber man kann hierher kommen, sich die Bilder angucken. Genau, bei einem Herz. In der Modsstraße 23 in Schöneberg. Man kann die Bilder auch kaufen. Die machen sich gut. Dankeschön. Bitteschön. Das war's. Tschüss.